das ding ist auch ich hoffe mal die denken jetzt nicht dass ich zu dem pvp gehöre weil hier gerade noch action war dann zieh deine wasser einfach weg da habe ich ja luci wo bist du super hallo links von der brücke wo auf der brücke wo die räder stehen ich kann ich kann alles ausziehen ich muss alles aussehen ich muss alles aussehen leute wie siehst du wie siehst du zwei direkt vor mir ich bin gerade im menü ich sehe das gerade nicht okay ich kann einen killen okay den zweiten ist lucike lassen alles aussehen abläuft sie wo bist du ich sie vor der brücke warte ich kann den auf der brücke geht schon hier durch er kann richtung weiterlaufen tschüss ich wurde überfallen komplett ihr müsst ihr holen diesen zwei leute an der brücke die haben mich komplett ausgezogen okay die kommen bekommen nein die die looten mich gerade der eine looted meine klamotten der andere bist du ich bin links von dir die sind die brücke runter ich komme auch der brücke ist eine daneben ist noch einmal. Ok. Schießt du? Ja, geschossen. Einer ist getroffen, einer ist getroffen. Einer ist glaube ich umgef... Einer ist umgef... Der andere ist links von der Brücke. Ich glaube einer ist tot, Jungs. Nice. Ich versuche mal zum Pianow zu gelangen. Ich versuche mal bei dir dran zu bleiben lieber. Ich weiß leider nicht, wo Luzi ist. Ich kann mich nicht lehnen an Scheiße. Vor den Gebäuden vom Pianow, vor der Halle. Ja, ist da einer? Ne, ich sehe, da bin ich halt. Ok. Ok, auf der Brücke waren es wie gesagt mindestens zwei. Ja, einer ist nach links abgebogen. Ich glaube Luzi hat ihn angekilled. Einer ist tot, glaube ich. Ja, der Lichter ist tot. Einer ist tot. Ok. Bei mir bist du. Rico kommt mal zurück, ja? Ja. Also ne, renn da doch mal raus. Ja, einfach rausrennen, das ist jetzt nicht so unbedingt mein Plan. Soll ich zitiere, du machst ne andere Grundschläge? Also ich bin jetzt... Links, links, links. In den Wald rein. Ah, fuck. Ok, warte. Seht ihr noch jemanden von denen? Ne, gerade nicht. Nur Rico. Ich laufe hier gerade... Ist das richtig, wo ich hier langlaufe? Gerade... Ne, jetzt da doch, bisschen links jetzt noch. Zum Straßenrand da. Da liege ich. Warte. Da kommt einer. Ich hab eine Waffe, habe ich. Ich sehe einen, äh, hinter der Brücke. Ich hätte nicht nur einen... Oh, fuck. Die stehen im Wald. Könnten wir umlaufen. Ich hab ne AK erstmal. Aber ich hab ne Winchester. Jemand von euch müsste die umlaufen mit ne AK oder so. Und ich könnte... Ich könnte Rückendeckung geben. Sorry, wo sind die nochmal? Rico, komm, du mal mit der AK zum Pianohaus. Die sind linke, äh, linke Seite von der Brücke. Also links von der Brücke. Ja, ich komm Pianohaus. An die Mauer. Also links vom Pianohaus, einer Mauer bin ich. Kann dir ungefähr gleich sagen, wo die sind. Ah, ich bin hinter dir. Jo. Weißt du, wo ich grad hinguck? In den Büschen. Aber ich kann's dir nicht genau sagen. Weil jetzt seh ich sie nicht mehr. Ach, da passiert nur Winchester viel besser. Ich seh einen, ich seh einen. Warte, ich seh einen. Seh ich nicht mehr. Guck, guck nochmal, Mann. Fuck. Ich weiß nicht, ob da einer im Busch liegt. Ne, der ist beim Brückenrand. Linke Seite Brückenrand. Ja, unten, ja. Genau hinter der Mauer. Ist bisschen runtergegangen jetzt wieder. Tümde vom. Okay. Ich ruckzuck meine Klamotten verloren. Ich seh einen. Wo? Auf der Brücke, rechts davon. Rechts von der Brücke. Also es sind vier Leute, die haben einen gekillt. Noch drei. Rechts an der Brücke, direkt an der Mauer. Ist jetzt aber, hat sich jetzt geduckt. Und einer läuft links. Versucht mich irgendwie zu laufen. Okay, ich komm zu dir nochmal. Der läuft weg. Wow. Läuft zickzack. Was? Wer war das? Ich hab geschossen mit der Winchester. Fuck my life, Alter. Muss ganz kurz nachladen. SKS? Schießt auf dich? Ich glaub die... Ne, ne, ne. Oh, die lag durch die Wand noch eigentlich. Ich glaub da hat sich grad die andere Fraktion angewiesen. Links neben der Brücke hat sich auf jeden Fall was bewegt gerade. Direkt an der Wand. Vorne oder dahinter, ne? Hinterm Busch sozusagen. Ja, ja, so ganz komisch. Ich komm hier einfach nackt. Ich glaub da lang, Rums wird entkleidet und fang wieder mit Level Null an. Die wissen nicht, dass ich da bin. Warte, Moment. Fuck, der hat sich grad hingelieht, wo ich den in den Kopf schießen wollte. Äh, Lutz, äh, Rico? Ja? Ich weiß, wo einer sitzt. Ich komm nochmal zu dir. Wo ist denn Luzzi jetzt eigentlich? Immer noch beim Baum. Aber ich glaub ich treff den von hier nicht. Da muss ich... Warte. Wow. Er, er bewegt sich. Er weiß auch, dass ich da bin. Wo ist er? Hinterm Baum links. Hinterm Baum links? Ja. Der läuft jetzt vor. What? Oh fuck, hab ich... Ja, hab ich gesehen. Der könnte nen Hit haben. Nein. Ich hab, ich hab in den... Da schießt noch einer. Also pushen will ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das wär ein bisschen zu heikel. Das wär echt ziemlich heikel. Weil ich weiß nicht, ob die andere Fraktion sich, die andere Gruppe sich jetzt auch eingelieht hat. Die ist du gerade. Ich muss Posi weg sind. Der hat mich gesehen. Äh, schieß... Hast du grad geschossen? Ja, ja. Viermal. Okay. Hast du noch, äh, Magazine eigentlich? Ich hab nur die 30 Schuss. Und das ist keine Mac. Ich hab nur... Munition. Keine Magazine. Ich wünsch, dass das halt nicht so... Am Griff direkt vorne bewegt sich was? Das direkt vor uns ist. Das... Okay. Oh, ich... Ich seh teilweise Bewegung, aber, ähm... Soll ich baiten gehen? Ich leg hier alles ab und gebaiten. Na was? Ich bin ja eh leer. Ich hab halt noch ne Rack und könnte dir einfach alles geben, ne? Das ist ja eigentlich kein Problem. Dein... Oh fuck, äh... Nur wenn ich heute sieh, wie Rainbow Six Siege vorhin gezockt hab, dann wird's nix. Also, wenn du jetzt einfach hingehst, du wirst abgeschossen, ne? Das ist PvP grad. Also du kannst da... Ich hoffe nur, wir werden hier ziemlich taktisch umwandt. Ich weiß, einer ist rechts, äh, rechts bei Voluzi war. Also Voluzi glaub ich hingeschaut. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wo du sie war. Hier haben wir auf der rechten Seite, ähm, der Brücke. Einen und zwei sind links. Mehr sind ja nicht. Also du... Ja. Die Position ist so eklig hier. Ja. Ich seh die Brücke gerade von der Seite halt. Okay. Ich hab ne Idee. Da bewegt sich was. Wo? Links direkt neben der Brücke. Links von da, wo du gekommen bist oder von da, wo wir hingucken? Ne, also wenn immer, wenn ich sage, links oder rechts ist von Vivo aus gesehen. Wenn der Vivo verlässt, zur Brücke zu. Okay, okay. Links also. Ja. Da kann ich aber hinsehen, ich seh da nix. Guckt der auf mich? Guckt der auf mich? Oder auf dich? Womisch. Ne, jetzt seh ich nix mehr. Gerade hab ich... Doch, der kriecht doch was. Direkt links an der Brücke. Der kriecht doch was. Ich bin jetzt außerhalb der Mauer, Rico. Links von dir außerhalb der Mauer. Kriegt der Richtung Vivo oder weg? Quasi auf Vivo zu. Da wo die Räder sind. Und? Ich seh die Räder nicht mal, ne? Ich seh den Spieler nicht mal. Jetzt seh ich den auch nicht mehr. Der will, glaub ich, immer nur kurz spotten. Ich glaub ich hab so Timelack gerade. Ich komm hinten plötzlich wieder weg. Oh man, shit. Also ich weiß nicht, ob der rechts bei der Brücke tot ist. Ich könnte ihn getroffen haben. Bin mir aber nicht sicher. Rico, guck mal hinter mich ganz kurz. Hinter dich. Ja? Ich lauf jetzt nach links und ich versuch irgendwie die zum Laufen. Okay. Irgendwie. Aber ich hab ne Sniper. Noch AK-Munition hast du nicht grad zu verletzt. Ne, ich hab die 30 Schuss gegeben und noch das 30. Leider. Mehr hab ich nicht. Ihr habt... Wenn ihr jetzt auf mich schießt, muss ich... Auf der Brücke rennt einer. Quer auf der Brücke. Oh Gott, lauf ich weg. In den Graben links zu dir rein. In deine Richtung, Nico. Okay. Der ist in den Graben gerannt. Unter der Brücke in den Graben? Ja. Ist der jetzt unter die Brücke gelaufen? Das seh ich nicht. Ich hab nur gesehen, dass er in den Graben gerannt ist. Der war auf der Brücke, ist in den Graben und hat die Richtung nach links weg eingeschlagen. Vor mir ist einer auf der Wiese. Wer ist das? Ich lauf hier, ich lauf hier. Ich mach grad... Zick, zack. Ja, okay, okay, okay. Ohhhh. Alter, mein Herz, Junge. Ja, ich... Sorry, ich dachte, das wärs woanders. Ne, ich bin direkt bei dir, Alter. Beim Schuppen da. Ich baite gerade, ne? Ja, das ist jetzt. So ein bisschen. Alter, mein Herz gerade auf 180, ne? Der ist in den Arm. Für meinen Loot. Bekommst du wieder, Rico, keine Ahnung. Zwei können schon tot sein. Also einer ist 100 pro tot. Oh, da läuft einer. Da laufen zwei. Wo? Oh fuck. Wo? Wo bist du an? Rein in der Kugel. Rein in der Kugel, ich erzähle. Ich bin gerade angehittet. In der Kugel. Scheiße, ich wüsste nicht mal, auf wen ich schießen soll. Boah, die schießen so scheiße. Ich lauf wieder zurück zu Fiat aus. Ja? Die schießen so scheiße. Was? Der hab ich keinmal gehittet. Ich seh, sind die am Baum mit einer? Drei sind da. Drei sind da. Was ist ein Baum? Ja, ich kann's nicht beschreiben. Alter. Äh. Einer verfolgt dich? Jaja. Äh, habt ihr eigentlich... Oh, ich hab in die Richtung geschossen. Oh, im Karton. Oh, alle beide laufen links weg. Ist jetzt links weg? Ganz, ganz links. Ich bin out of money. Ähm. Ich muss mal zurückziehen kurz. Wo bist denn du grad? Ich geh grad nach oben. Einer kam nach rechts. Pass auf. Einer kam von rechts. Könnt ihr uns jetzt pushen beim Pianohaus? Ich hab ne... Ich glaub nicht, dass die da noch sind, muss ich jetzt. Wo sind die zwei Leute, die uns links umlaufen wollten? Die sind weitergelaufen. Wieso nicht, wenn wir jetzt nicht base glauben? Ich hab die ziemlich lange noch angeschaut. Wir können doch erst mal abhauen. Und uns looten. Tu so ohne Loot. Ich weiß nicht. Komm. Versuchen wir jetzt. Also ich... Ja, geht mal hin. Mal gucken, ob er jemand schießt hier. Ja, genau. Erst mal schauen. Wo ist denn der... Wo hat Luci denn den Typen gekillt? Direkt auf der Brücke und rechts daneben wahrscheinlich einer. Okay. Und... Wo bist du jetzt? Unter der Brücke? Ich bin neben der Brücke. Ist da einer? Ich bin gleich unter der Brücke. Da liegt ganz viel Loot. Äh, ist wahrscheinlich einer gestorben, ne? Ich werde beschossen. Wo bist du? Winter ist dahinter mir. Ich bin an keinen Schuss. Ich bin tot. Äh, äh, Richtung... Süden. Richtung Süden. Bewachtes Loot. Wie? Das kam... Winchester. Ich hör's. Der hat nen Hit. Der hat nen Hit auf der Brücke. Mitten auf der Brücke. Du, oder was? Er. Also wir haben beide Winchester. Da liegt mein Loot. Da liegt mein Loot. Mitten auf der Straße. Das wollte ich auch holen. Deswegen. Aber dann wurde ich schon beschossen. Das ist auf jeden Fall ein Sniper noch im Spiel, ne? Also ich glaub, ich brauch die hier vorne. Ja, ich mit ner Mosin oder was? Achso, ne Mosin hast du? Was scheiße. Ich hab ne Rack. Ich hab ne Rack. Ich weiß nicht mehr. Ich kann nicht. Ich seh dich hier auf der Brücke. Ja? Alter. Ich hab nicht schon die erste Hand. Da ist sie. Die Schüsse kommen von Grünhaus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, 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 auf jeden Fall. Wollte ich da jetzt einwischen, oder wie? Oh Gott. Ja, der liegt mal auf 100 Meter erst mal, oder? Der ist knapp. Warte mal. Ich könnte von der andere Seite kommen mit ner Schrotflinte ohne Munition. Top. Wir warten. Wo warten? Wir warten auf die Mann mit der Schrotflinte ohne Munition. Wo seid ihr überhaupt? Pustoschka. Mitten im Pustoschka. Da schießen die Leute gerade rum. Warte? Das kommt aber von weit weg noch. Und da oben? Echt, ja? Ja. Auf jeden Fall. Nee. Ah, jetzt wird's näher. Jetzt wird's doch lauter. Zwei Schritte vor uns. Auf einmal 50% lauter, oder was? Boah, wo kommt man das direkt her? Wir können ja die Schlichter sein. Wir gehen rein und sagen, ey Leute, komm, beruhigt euch. Wir können über alles reden. Lasst doch teilen. Wir müssen, wir müssen alle friendly sein. Ja, Alter. Ja, Alter. Ich geh vor zum Holzzaun hier mal. Wahrscheinlich ist einer im grünen Haus und killt uns gleich, ey. Oh, in... What? Nee, ich bin mir nicht sicher, ob ich grad was gesehen hab in der Kneipe da drüben. Oh, fuck. Alter. Das war sehr nahe. Ich... Ich sie's jetzt schon kommen. Ich sie's aber auch auf euch und wissen nicht mal, wer ihr überhaupt seid. Ja, wahrscheinlich. Einer ist sehr nahe. Ist ein Sniper. Wollen wir zur Blechhütte da vorne links? Und der andere ist... ...da vorne links. Irgendwo. Ja, genau. Wollen wir da in die Richtung zu dem Blechhaus erstmal? Oh Gott, Alter. Du... Ja. 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 Ich folg dir einfach. Ich bin Buffalo. Oh mein... Oh mein Gott, wir stehen hier mega scheiße. Rico, Alter. Wow. Wow. Oh, Peitschenhiebe hier wieder. Komm, Scheine. Alter, spring doch... Der sich hinhocken und drüber kriecht. Jetzt. Warum seh ich den hier keiner? Ich wollt grade mit Schiff trennen. Scheiß Rainbow. Ich lauf mit... Ich rein mit Schiff. Ja, ich rein mit Schiff. Merke ich grad. Achso. Rennst du mit Doppel-W oder wie? Ja. Oh Gott. Ja, klar. Das geht bei mir gar nicht. Seitdem sie rausgekommen ist, mach ich mit Doppel-W. Boah, ich würde gar nicht darauf klarkommen. Jetzt kenn ich ihn aus der Mod. Das hab ich früher auch gemacht. Wuff, wuff. Wuff, wuff. Ups. Alter. Jetzt ist es wieder weiter. Jetzt ist es wieder weiter. Da rennen zwei Spieler nach links weg. Oh fuck, ich seh's, Alter. Wollen wir versuchen? Warte, 200 Meter? Oh mein Gott. Nicht, dass ich dich noch treffe, ey. Also so freiloot wär schon ganz cool. Also holt ihn mal. Ich hatte kurz im Kopf Y zu drücken, um euch die Gegner zu spotten. Warte, ich komm mit der Drohne. Das wollte ich gerade sagen, scheiße. Die hauen ab, die sind weg. Ja. Ich glaub, die hatten keine Chance oder so. Tja, gut. In diesem Sinne. Der steht immer noch da, der Lader. Lader, Lader, Lader. Lader, Lader. Also ich brauchte auch ne Waffe. Irgendwas. Was kommt denn da rein? Warte, ich muss mal gucken. MT. Ah, die Manchester Money. Ja, kommt da rein auf jeden Fall. Habt ihr noch? 20 Schuss oder so hat der Rico noch. Ich hab ein Magazin für die Fall, Alter. Wieviel Schuss sind da drinnen im Vormagazin? Alter, wie geil. Warte, ich komm gerade nicht auf mein Leben, klar. Warte, ich mach mal kurz. Habt mich schon vorher gewonnen, als Rico sagte, Hör, da waren zwei Forster mit Magazin. Ich hab's immer liegen lassen. Eine war hatte Magazin, aber ja. Oh Rico, wirst du hin? Ich bin hinter dir, oder? Ich komm mal her. Ich komm nicht auf mein Leben, ne? Das ist nur ein Mech, oder wie? Hier liegt noch ne Lunghorn, Alter. Will die meine Lunghorn haben? Ja. Die Lunghorn ist auch ganz nice. Warte, ihr braucht nicht. Wow, wow, wow. Oh fuck. Die dürfen, die dürfen nicht auch erschießen. Ja, jetzt schon? Weiß ich nicht. Ja, P4P, weiß ich nicht. Ich weiß es gerade auch nicht. Ich muss einfach wegrennen, ne? Ja, ich renne hinterher. Scheiße, Alter. Das kam aber jetzt von schräg links hinten, ne? Links ist Granate. Links ist ne Granate. Smog. Granate. Tatsächlich. Lauft einfach. Lauft einfach euer Leben. Ja, lass es ab an. Wenn wir jetzt hier... Ah, seitlich ist scheiße, Rico. Ich glaube, wir werden gleich getroffen. Ich wäre bald da, ne? Ich würde sicher auf Bambi schießen. Das wäre sonst echt asozial. Wollen wir... Ich komm hier... Hier lang? Oh fuck. Oh, das kommt aus dem Wald, oder? Ja, das kommt aus dem Wald. Wo wollen wir lang? Genau die Straße hoch ist ein Spieler. Was? Also nicht die, wo wir jetzt langrennen, sondern die anderen, wo wir gerade hinwollten. Da war ein Spieler, der ist in den Wald links reingerannt. Alles. Ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n. Hör auf, Rico. Oh mein Gott. Lol. Ey, ich hab so'n Adrenalin schlossen im Klassen, Mann. Was passiert da? Ich weiß es auch nicht. Oh shit. Ich bin getroffen. Oh Gott, aus dem Wald. Closed. Genau vor uns. Nein, Leute, genau vor uns. Shit. Wir müssen hier runter. Nein. Dutzi. Hinter uns. Genau hinter uns. Sterbs nicht. Das war's. Ich bin Akanchus. Nein. Ja? Wir haben nichts getan. Wir sind unschuldig. Ihr könnt ja eh, ich würd sagen, hey, freund mich. Ich gehör' nicht dazu. Wir haben doch nichts getan. Warte mal. Rico, rede mit mir. Ah, warte, die, die haben mir die Knochen gebrochen, die Misskunde. Ich bin tot. Tagalier. Tagalier. Ich bin走. Tagalier.